Ich habe neulich wieder mal eine meiner vielen Praxisbegleitungen vor Ort gemacht, bei denen ich einige Zeit vorne an der Rezeption sitze und natürlich auch in den Behandlungszimmern und bei der PZR mitlaufe und mir mal so anhöre, was sich im Bereich der Patientenkommunikation da so verbessern lässt. Solche Begleitungen buchen ja typischerweise die oberen 10 bis 15 Prozent der Praxen, die ohnehin schon kommunikativ und von den Strukturen und Abläufen her sehr weit sind. Alle anderen machen das ja eh nicht, die sind halt schon brillant. Und darum ist das immer wieder erstaunlich, welche Abläufe in der Kommunikation und welche Formulierung mir dann in diesen wirklich 10, 15 Prozent der überdurchschnittlichen Praxen dann doch noch begegnen. Und das ist jetzt wirklich mal vollkommen ironiefrei gemeint. Da fragst du dich dann manchmal schon, wie läuft das denn in den anderen 90 Prozent der Praxen? Das möchtest du dann eigentlich gar nicht wissen. Ich habe heute für die 10, 15 Prozent, die hier auf diesem Kanal zuschauen, also für sie und für euch und für dich, die fünf schlimmsten Fesseln in der Patientenkommunikation, also die fünf schlimmsten Fehler, die euch garantiert im BEMA festhalten. Also prüft bitte mal unbedingt, ob ihr selbst oder auch eure angestellten Zahnärzte so kommunizieren. Wenn ja, schnellstens ändern. Los geht's! Erste BEMA-Fessel ist eine Diagnose ohne Therapievorschlag. Ich erlebe das immer wieder. Typische Situation, Patient kommt ohne Beschwerden zur 0,1 oder als Dolor. Es wird anlassbezogen oder turnusmäßig in Röntgen gemacht. Der Patient braucht eine Füllung. Ist eine absolute Standardsituation. Was passiert jetzt? Genau. Er wird jetzt mit dem Hinweis, lassen Sie sich dann bitte vorne am Empfang einen Füllungstermin geben, zur Rezeptionistin geschickt. Da geht er dann hin und der Empfang vergibt dann den nächsten freien Termin. Klappe zu, Affe tot, Kind in den Brunnen gefallen. Warum? Weil hier zwei Basisprinzipien der Patientenkommunikation und der Praxisorganisation verletzt wurden, nämlich erstens kein Gespräch ohne Entscheidung oder Vorentscheidung. Und zweitens, noch viel wichtiger, keine Terminvergabe ohne Berücksichtigung der entsprechenden Terminfilter, die ja rückgebunden sind an die Wünsche und Qualitätsansprüche des Patienten. Was hätte jetzt stattdessen passieren müssen? Na klar, der Patient hätte direkt über Füllungsmaterialien aufgeklärt werden müssen, damit eure Mitarbeiterin eben vor der Terminvergabe weiß, in welches Zeitfenster sie den Patienten planen kann. Denn sonst spielt ihr ihr Kinderleinkommet und vergebt Termine einfach nach Reihenfolge und eben nicht nach dem Honorar Stundenumsatz oder anderen betriebswirtschaftlichen Kriterien. Das ist ja genau das, was in 90 Prozent der Praxen passiert. Ich meine übrigens Termine für die 19 Wochenstunden, in denen ihr nach Bundesmantelvertrag nicht auf Kasse bohren müsst, bevor sich da jetzt wieder irgendjemand gleich aufregt. Ihr seid ja im Schnitt auf einer Vollzeitstelle, 37 Stunden pro Woche bohrend am Stuhl plus sieben Wochenstunden Verwaltungstätigkeit, die die meisten von euch ja bei der Kalkulation ihres Honorar Stundenumsatzes gar nicht mit berücksichtigen. Aber komm, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ihr wissen möchtet, worum es genau bei den Zeitfenstern und Terminfiltern geht, dann schaut euch mal diesen Film an. Da habe ich das mal im Detail anhand sehr vieler Beispiele aus der Praxis besprochen. Der Patient sollte also hier direkt aufgeklärt und nach einer Entscheidung oder Vorentscheidung gefragt werden, wie das geht, dazu im weiteren Verlauf des Films, nachher dann noch mehr. Und damit Salveto und herzlich willkommen hier auf meinen Zahnarztcoach. Mein Name ist Frank Frenzel, ich bin Diplom-Psychologe, Trainer und Praxiscoach und ich betreue Zahnarzt und Augenarztpraxen bundesweit seit mittlerweile mehr als 23 Jahren. Es gibt hier auf diesem Kanal immer mittwochs einen neuen Film. Wenn ihr neu hier seid und euch diese Themen hier besonders interessieren, dann heiße ich euch sehr herzlich in unserer wachsenden Community hier auf dem Kanal willkommen und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal jetzt abonniert. Das Abo immer ganz wichtig, mit Glocke. Nur die Glocke macht glücklich und schlau. Unsere treuen Stammzuschauerinnen und Stammzuschauer wissen das ja schon. Teilt diesen Film übrigens gerne mit Kolleginnen und Kollegen oder schickt ihn mal an eure angestellten Zahnärzte und Zahnärztinnen so als kleinen Denkanstoß. Den Kanal hier gibt es übrigens auch als Podcast. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die zweite BEMA-Fessel, der zweite große Fehler, sind Fragen in der Patientenberatung, die den Patienten geradezu dazu zwingen, sich für eine BEMA-Leistung zu entscheiden. In diesem konkreten Fall war es jetzt so, dass der Patient zum Füllungstermin erschien und gefragt wurde, und Freunde, das ist jetzt wirklich ein Originalzitat. Ja, wir machen ja heute eine Füllung. Was für ein Material denn? Wollen Sie Kunststoff mit Zuzahlung? Zitat Ende. Und liebe Leute, diese Frage ist exakt so gestellt worden. Da sollte man sich jetzt wirklich mal fragen, was kommuniziert eigentlich mein angestellter Zahnarzt, der vielleicht so ein BEMA-GOZ-Verhältnis hat, eigentlich so mit seinen Patienten? Weil das könnte der Grund sein, warum er das BEMA-GOZ-Verhältnis genauso hat und nicht anders. Wahrscheinlich kommuniziert der ganz ähnliche Fragen. Und mit dieser Frage zwinge ich den Patienten jetzt unbewusst in die BEMA-Leistung rein. Und zwar aus gleich drei Gründen. Erstens fällt der Patient hier aus allen Wolken und fühlt sich überfahren, weil bis jetzt ja noch gar nicht die Rede davon war, dass er überhaupt einen Eigenanteil hat. Das kommt für ihn an dieser Stelle jetzt völlig überraschend. Und zwar auch für den Stammpatienten. Soll mir keiner erzählen, ja, der hat ja auch früher schon mal Eigenanteile gehabt. Der weiß nicht, wie groß seine Füllung ist. Zweitens ist diese Wortwahl Zuzahlung somit das Unglücklichste, was dein angestellter Zahnarzt in dieser Situation sagen kann. Oder die Mitarbeiterin, die die Kostenaufklärung mit dem Patienten macht. Freunde, Zahlung ist genau wie Kosten ein absolutes Unwort in der Patientenkommunikation. Diese beiden Begriffe haben da überhaupt nichts zu suchen. Das sind ganz stark negativ assoziierte Begriffe, die erinnern dann doch sehr an so Horrorwörter wie Heizkosten oder Nebenkostennachzahlung. Kosten sind hart erarbeitetes, im Schweiße meines Angesichts verdientes Geld, das mir der gierige Zahnarzt aus der Tasche reißt. Sagt doch bitte stattdessen Eigenanteil, sagt Planungsbesprechung oder sagt wegen mir individueller Behandlungsplan und nicht Kostenbesprechung Heil- und Kostenplan und wir stellen Ihnen mal Ihre Kosten zusammen. Und drittens, und das ist jetzt das Allerschlimmste, der Zahnarzt, der so kommuniziert, überlässt ja die Therapieentscheidung vollständig dem Patienten. Und durch diese Ja-Nein-Frage signalisiert er dem Patienten ja zusätzlich auch noch eine prinzipielle Gleichwertigkeit der beiden angebotenen Füllungsmaterialien. Spielt das doch mal durch gedanklich. Wollen Sie Kunststoff mit Zuzahlung? Und wenn der Patient jetzt Nein sagt, dann macht der angestellte Zahnarzt die Kassenfüllung. Eine Füllung mit Eigenanteil oder eine ohne Eigenanteil muss also im Denken des Zahnarztes ja gleichwertig sein, denn sonst würde er diese Frage seinem Patienten ja gar nicht so stellen. Und genau das kommt natürlich jetzt auch beim Patienten an. Und natürlich differenziert der Patient das dann über den Eigenanteil. Wenn ihm sein Zahnarzt keine anderen Differenzierungskriterien angeboten hat. Und bitte jetzt mal abschließend. Im Grunde fragt doch der Zahnarzt den Patienten, willst du was bezahlen oder willst du lieber nichts bezahlen? Freunde, was soll denn der Patient da jetzt sagen? Das wäre ja so, als würde die Servicekraft in deiner Lieblingsbar dich fragen, sagen Sie mal, Herr Doktor, wollen Sie den Cocktail bezahlen oder wollen Sie den lieber aufs Haus? Ich meine, bringt mir doch bitte jetzt mal den Bekloppten, der auf diese Frage dann antwortet, ach, wissen Sie, wenn Sie so fragen, ich zahle lieber selbst, ich kann es mir nämlich leisten. Und darum geht diese Formulierung auch in den allermeisten Fällen komplett in die Hose. Also Lösung, ich brauche Minimumbehandlungsstandards, anhand derer ich dem Patienten schon im ersten Termin, im Diagnostiktermin erkläre, dass ich eine Zementfüllung aus medizinischen Gründen nicht verantworten kann. Und dann sagen wir ihm, dass da auf jeden Fall ein Kunststoff oder eine Keramik rein muss, eben je nach Größe des Defekts. Und dann nennen wir ihm auch in dem Zug direkt seinen Eigenanteil. Wie das geht, dazu sage ich dann später hier in diesem Film noch mehr. Und dann fragen wir ihn, Herr Lehmann, ist das denn grundsätzlich der Weg, den Sie hier mitgehen möchten? Das sind ja die drei Zauberwörter, mit denen wir eine Vorentscheidung erfragen, grundsätzlich, generell und prinzipiell. Wie das dann weitergeht, wenn der Patient an der Stelle Nein sagt, das haben wir ja in diesem Film hier mal besprochen, schaut euch das dort gerne an. Ich will das jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen. Genau diese Situationen in der Patientenkommunikation sind ja auch ein ganz zentraler Teil des BEMA Breakout Coachings, das ich gemeinsam mit einer Kollegin von euch anbiete. Mehr dazu in dem eben eingeblendeten Film. Ansonsten gerne auch per Mail, wer nicht an dem Coaching teilnehmen möchte, aber eben auch nicht zu den Praxen gehören will, die von durchschnittlich fünfstelligen Honorarrückforderungen betroffen sind, der kann mich sehr gerne anrufen und ein individuelles Trainings- und Coachingprogramm für seine Praxis mit mir besprechen. Die ersten 15 Minuten, das wissen die meisten von euch eines solchen Telefonates, sind kostenfreies Kennenlernen. Danach gleicht ihr das dann mit 349 Euro pro Stunde je angefangene Viertelstunde zuzüglich Mehrwertsteuer aus. Dritte BEMA-Fessel ist das Wort Alternativen in der Patientenkommunikation, Patientenberatung oder Patientenaufklärung, wie immer ihr eure Gespräche jetzt nennt. Und bitte, bitte nicht Kostengespräch, habe ich neulich in einer anderen Praxis auch wieder gehört. Die Erklärung dafür kennt ihr ja jetzt schon. So, jetzt mal zu den Alternativen. Warum ist das Wort so tödlich? Nun, wenn etwas alternativ ist, dann muss es gleichwertig sein. Sonst wäre es ja keine Alternative. Jetzt arbeitet unser Gehirn aber nun mal dual und versucht immer, Dinge gegeneinander abzugrenzen. Tag, Nacht, heiß, kalt, Ebbe, Flut, teuer, preiswert, Himmel, Hölle. Wir denken dual. Ich habe das im Detail mal in diesem Film hier anhand vieler Beispiele für die Patientenberatung erklärt. Und wenn dein angestellter Zahnarzt jetzt sagt, ja, wir können Kunststoff machen oder alternativ, wenn sie nichts zuzahlen wollen, nehmen wir eben Zement. Dann löst er damit eine fundamentale Verwirrung im Gehirn des Patienten aus. Das Gehirn denkt nämlich jetzt blitzschnell. Okay, die Lösungen sind alternativ, also gleichwertig. Aber worin unterscheiden die sich denn dann jetzt? Und da schreit das Gehirn zurück, Mensch, du Dulli, pass doch auf, hat der Doktor doch gerade gesagt, nur im Preis. Das eine ist Kasse, ist gratis, das andere kostet Geld. Und da ist die Entscheidung schnell getroffen, ja, super, dann nehme ich halt Kasse. Und wenn du jetzt, wie das ja in der Praxis meistens passiert, ich habe das ja hunderte von Malen gehört, noch mit irgendwelchen Erklärungen dahinter herkleckerst, etwa so in der Art, naja, Frau Pippenbrink, aber der Kunststoff ist schon schöner und der hält auch besser, dann widersprichst du ja direkt dem, was du 30 Sekunden vorher gesagt hast, nämlich dass beide gleichwertig sind und darum ja alternativ. Und jetzt denkt die Frau Pippenbrink sich, übrigens völlig zu Recht, tu abzogger du, du willst ja nur mein Geld. Ich möchte jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Und wie immer an dieser Stelle meine kleine Halbzeit-Kaffeepause dafür nutzen, euch allen meinen ganz herzlichen Dank dafür zu sagen, dass ihr so fleißig und regelmäßig guckt, die Filme auch mal weiterempfehlt oder bei Facebook, Insta oder in Foren und zahnmedizinischen Gruppen teilt. Ohne eure Hilfe wäre dieser Kanal hier niemals so groß geworden und zum meist aufgerufenen deutschsprachigen Coaching-Kanal für zahnmedizinische Themen herangewachsen. Wir haben jetzt fast 3000 Abonnenten und das ist eine Teamleistung, auf die ich wirklich stolz bin und die ohne euch niemals möglich gewesen wäre. Habt ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, tut das sehr gerne über den Paypal-Link unten in der Videobeschreibung oder über die Superthanks hier direkt unter dem Film. Paypal ist bevorzugt, das wissen die meisten von euch schon. Da sind die Gebühren einfach wesentlich niedriger und von eurer Großzügigkeit kommt deutlich mehr bei mir an. Und wer jetzt keine 5 oder 10 Euro übrig hat, der darf gerne auch 100 geben. Oder ihr gebt jetzt einfach mal ein Like, das ist glutenfrei und garantiert gut fürs Karma. Besonderer Dank geht natürlich an der Stelle an alle, die meine Arbeit an diesem Kanal durch eine Zusammenarbeit in ihrer Praxis vor Ort ermöglichen, sprich die mich beauftragen. Ohne euch wäre dieser Kanal hier in der Form gar nicht machbar und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ganz herzlichen Dank dafür. Die vierte BEMA-Fessel und der vierte große Fehler besteht in einer Ja-Nein-Abfragerei zu diesem immer wichtiger werdenden Thema Zahnzusatzversicherung oder, wie ich lieber sage, zusätzliche Absicherung. Auch hier wieder zwei frisch erlebte Beispiele aus der Praxis. Der angestellte Zahnarzt fragt den Patienten, haben Sie denn eine Zahnzusatzversicherung? Der Patient sagt, nein. Daraufhin schweigt der Zahnarzt und setzt seine Eintragungen fort. Zweites Beispiel. Zahnarzt sagt zum Patienten, Zahnzusatzversicherung, haben Sie eine? Der Patient sagt, nein. Der Zahnarzt antwortet, ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Freunde, so geht das nicht. Diese Ja-Nein-Abfragerei, die führt immer zu einem Gesprächsstopp. Bitte geht das anders an. Sag doch dem Patienten zum Beispiel, Herr Lehmann, ich vermute, Sie wissen schon, wie Sie sich den Eigenanteil dieser Behandlung zu 100 Prozent von der Versicherung zurückholen können. Also nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung natürlich. Wenn Sie den passenden Tarif haben, falls Sie das noch nicht wussten und mich jetzt danach fragen, kann ich da gerne kurz was zu sagen. Und jetzt dokumentiert Deine Mitarbeiterin, dass der Patient von sich aus danach gefragt hat. Dann darfst Du diese Frage nämlich selbstverständlich auch beantworten, wenn Du Deine Terminvergabe an Neupatienten, ich spreche hier ausdrücklich von Neupatienten, vernünftig über Deine Homepage machst, wie das dieser Kollege hier von Euch tut, statt einfach mal sämtliche freien Termine bei Dr. Lib, Jameda oder Dr. Flex reinzukippen und dadurch nach außen zu signalisieren, dass Du kaum was zu tun hast und froh über jeden warmen BEMA-Körper bist, der Dir da am übernächsten Tag der Polsterung durchliegt. Wenn Du also mit solchen Filtern arbeitest, dann kannst Du natürlich im Gespräch mit dem Patienten auch auf diese Informationen, die er Dir ja im Anmeldeformular selbst gegeben hat, Bezug nehmen. Und dann schickst Du ihn selbstverständlich nicht weg zu irgendeinem Versicherungsmakler, sondern Du koordinierst das bitte für ihn. Wie das rechtssicher möglich ist, auch darüber sprechen wir ja im BEMA-Breakout-Coaching. Wer keine Zeit für das Coaching hat oder wem das zu teuer ist, der kann sich alle Fakten dazu auch in diesem Film hier ansehen und die Umsetzung dann einfach mal selbst versuchen. Als fünfter großer Fehler oder als fünfte Fessel, die Dich im BEMA hält, stellt sich dann immer wieder der ineffiziente Umgang mit den Chancen und Möglichkeiten bequemer monatlicher Teilbeträge raus. Ich habe das ja hier auf dem Kanal schon so oft erwähnt, dass ich manchmal schon fürchte, Euch damit zu langweilen. Ich würde das auch mit keinem weiteren Wort erwähnen, wenn ich es nicht immer wieder erleben würde, dass Patienten mit diesem im wahrsten Sinne des Wortes entscheidenden Thema einfach wortwörtlich weggeschickt werden. Das fängt an mit der in aller Regel nicht gehirngerechten Präsentation des Eigenanteils, das heißt, dem Patienten wird zuerst mal die Gesamtsumme präsentiert. Wumm! In your face! So, Herr Lehmann, hier ist mal Ihre Kostenübersicht. Dann kannst du im Grunde schon fast aufhören. Das Gehirn von Lehmann ist ja jetzt schon im Alarm- und Panikmodus. Das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist, dass der Herr Lehmann jetzt eine Gesamtsumme präsentiert bekommt. Herr Lehmann, die Implantate mit dem ZE obendrauf, da sind wir dann bei 10.000 Euro. Die Zuschauer, die hier regelmäßig gucken oder mal in einem meiner Vorträge oder Trainingswahlen, wissen, was jetzt passiert. Das Gehirn schickt nämlich jetzt so einen Boten auf so einem Elektroroller los ins Archiv und zwar mit folgendem Suchauftrag. Bote, sag mir mal, wo bei uns zu Hause in ne Bude haben wir denn das letzte Mal 10.000 Euro in kleinen Scheinen rumliegen gehabt mit nem Zettel obendrauf? Betrag momentan entbehrlich, bei Gelegenheit mal vorsichtig beim Zahnarzt vorfühlen, ob der die Kohle eventuell annehmen würde. Der Bote knallt der Hacken zusammen und gibt Strom auf den Motor und meldet drei Zehntelsekunden später das Suchergebnis, Chef, Ort, unbekannt. Das hat der in einem Augenblinzeln geregelt. Jetzt guckt der Patient dich nämlich wieder an und sagt, hmm, Herr Doktor, so viel Geld hab ich aber nicht. Und damit sagt er ja sogar die Wahrheit, denn der meint ja, so viel hab ich in Summe nicht, hab ich nicht auf einem Stapel liegen. Das Fatale ist, das Gehirn deines Patienten hat jetzt bereits seine Entscheidung getroffen und sich schon wieder schlafen gelegt und mit Rollo runtergelassen. Und jetzt kleckerst du hinterher oder deine Mitarbeiterin und sagst, ja, Frau Pippenbrink, sie können das auch in Raten bezahlen. Jetzt hat der aber die Entscheidung schon getroffen und das Rollo ist schon unten. Und was du jetzt machst oder auch deine Mitarbeiterin, du rüttelst jetzt an diesem Rollo und an diesem schlafenden Gehirn rum. Und wenn sich das Gehirn dann träge und schläfrig und auch schon leicht genervt nochmal dann zu dir oder zu deiner Mitarbeiterin rumdreht, dann drückst du dem so einen abgegriffenen DZR-Folder in der Hand. Hier, da können sie mal anrufen. Und jetzt ist das Gehirn endgültig mit dem Thema durch und sagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Ich hab Feierabend. Leute, so hart das jetzt ist, kein Wettbewerber von euch macht das, kein Optiker, kein Autohaus, kein Mediamarkt, kein Dr. Smile. Ich weiß, ihr liebt ihn. Hat dir jemals dein Autohaus gesagt, ob euch dieses Beispiel jetzt gefällt oder nicht? Ja, Herr Doktor, Finanzierung oder Leasing, ich geb Ihnen mal eine Karte oder so einen abgegrabbelten Prospekt, da können Sie mal hier anrufen. Nein, hat der nicht. Der hat zwei Rechenbeispiele für dich vorbereitet, Frau Doktor. Ich hab hier mal 36 und 60 Monate vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, was am bequemsten ist und am besten zu Ihrem finanziellen Spielraum passt. Habt ihr gemerkt, wie viele positive Begriffe in dem letzten Satz waren? Jetzt hält Zahnersatz von deinem Patienten mit 15 bis 20 Jahren mehr als doppelt so lange, als das durchschnittliche Fahrzeug in Deutschland im Erstbesitz gehalten wird, nämlich acht Jahre. Sollten wir uns da nicht vielleicht auch doppelt so intensiv wie der Autohändler, der Böse, mit dem wir ja überhaupt nicht vergleichbar sind, mal darum kümmern, unseren Patienten aktiv bei seiner Wunscherfüllung zu unterstützen, statt ihn mit so einem Prospektchen wegzuschicken? Ich meine, das wäre ja auch jetzt mal so ein bisschen GOZ-Umsatz für die Praxis, oder? Also, wenn ihr da Bock drauf habt, meine Freunde, das ist doch nicht so schwer. Macht euch doch eine Liste, griffbereit, in einer der oberen Schubladen. Auf der Vorderseite die Eigenanteile von 85 Prozent der gängigen Versorgung. Das wiederholt sich doch ständig. Und auf der Rückseite verschiedene Laufzeiten von eurem Faktor. Damit ist dann auch klar, dass diese Geierei auf zwölf oder 24 Monate zinsfreie Zeit vollkommen am Thema vorbeigeht, weil der Charme der BMTB ja eben in den langen Laufzeiten und den daraus resultierenden bequemen, weil kleinen monatlichen Teilbeträgen besteht. Das haben wir im Detail ja mal in diesem Film hier besprochen. Und liebe Freunde, die dabei anfallenden Zinsen sind kein Problem des Patienten. Die hat er nämlich bei jeder Finanzierung im Internet über Paypal in exakt der gleichen Höhe. Die Zinsen sind ein Problem des Zahnarztes oder seiner Mitarbeiterin. Die beiden sind das, die diese Zinsen aus Unkenntnis dessen, Was ihre Wettbewerber da draußen tun, für zu hoch halten. Der Patient, der hat kein Problem damit. Und euer Wettbewerber ist nicht der Zahnarzt um die Ecke. Das ist das Autohaus, ist die Modeboutique, ist der Mediamarkt, ist unter Umständen auch Dr. Smile. Hier kommt jetzt die Playlist mit allen Filmen zum Thema HVM. Und wenn ihr wissen wollt, warum so viele Beratungsgespräche so gründlich schief gehen, obwohl sie meist sehr lang, oft viel zu lang sind, und welche einfach zu ändernden Fehler mir dabei immer wieder auffallen, dann schaut euch gerne direkt jetzt im Anschluss diese beiden Filme hier an. Wenn die Tipps hier hilfreich für euch waren, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ich danke euch für euer Vertrauen und für ihre Zeit. Valete et proteinus tevidere, euer Frank.